Die CAD-Technik GmbH schneidet alles, was Sie brauchen. Mit Hilfe modernster Technik und einem hochwertigen Maschinenpark erledigt das Leedsener Unternehmen sämtliche Zuschnittarbeiten an den vielfältigsten Materialien. Zum Einsatz kommt dabei neben der Laser- und Wasserstrahltechnik auch das Plasma- und Autogenschneidverfahren, welches je nach Anforderung vom Personal fachgerecht ausgewählt wird. Die professionell durchgeführten Dienstleistungen können in vielen verschiedenen Bereichen genutzt werden, zum Beispiel im Stahl-, Innen-, Fassaden- und Maschinenbau. Der Profibetrieb stellt darüber hinaus hochwertige und zuverlässige Brandsimulationsgeräte her. Flexibilität beweist die CAD-Technik GmbH nicht nur in der Fertigung, sondern auch in der Materialbeschaffung und bei der zuverlässigen Lieferung. Das erfahrene Team berät Sie gerne ausführlich und erarbeitet individuelle Lösungen. Mehr auf www.cadtechnik.at